Hallo und herzlich willkommen bei Marokko aktuell. Makhra al-Bakseri, 5.07.2022. 33,4 kg Karpfen angeln in Marokko. Marokko ist und bleibt ein Geheimtipp für Angler. Ja, viele Menschen, sie reisen in die Türkei oder nach Tunesien, um dort zu angeln. Aber diese Orte sind schon mittlerweile überlaufen und in Marokko findet man immer noch ein ruhiges Plätzchen und seine Ruhe für sich selbst. Begehrte Regionen wie Makhra al-Bakseri werden auch für die lokale Naherholung gepflegt und gereinigt. Agadi ist die Hauptstadt des Hochseefischens. Wer sich für Bonitos, Drückerfische, Gelbschwanzmakrelen, Hornhechte, Lippfische, Meerrechen oder Meerbassen interessiert, viel auf Ausdauer und Kondition hält, kann von hier aus zu einer Tour mit Berufsfischern starten. Beim Hochseefischen ist kein Angelschei erforderlich. Hechte, Schleie, Schwarzbarsche und Zander warten im Billuidernsee auf den Angelfreund. Das aktuelle Rekordgewicht soll bei 33,4 kg liegen, deutlich mehr als bei den kleinen Karpfenseen, die es im Süden gibt. Die Administration des Eau-Ephore, die Verwaltung für Wasser und Wälder, erteilt Angelscheine für das Angeln in Süßwassergewässern. Anglerinnen sollten früh aufstehen, zwischen 4.30 Uhr und 6.30 Uhr. Wenn es zu früh ist, könnte man auch zwischen 16.45 Uhr bis 18.45 Uhr versuchen zu angeln. Sowohl beim Übergang von der Nacht in den Tag, als auch beim Übergang vom Nachmittag in den Abend sind Fische am aktivsten. Vielen Dank fürs Zuschauen und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal.